Laut einer Studie des Verbands der IT-Wirtschaft haben weniger als 20 Prozent der Deutschen eigene Erfahrungen mit 3D-Druck gemacht. In der Industrie hingegen ist die sogenannte additive Fertigung längst angekommen. Firmen wie Phoenix Contact sind mittlerweile in der Lage, beinahe jedes erdenkliche Bauteil herzustellen, ob aus Kunststoff oder Metall. Rapid Prototyping ist das Zauberwort. Von der Idee im Kopf bis zum greifbaren Produkt vergehen oft nur ein paar Stunden. In Bad Pyrmont setzt man auf 3D-Druck. Weil die Kunden individualisierte Produkte bestellen möchten, bestimmte Parameter, bestimmte Farben, bestimmte Längen, bestimmte Anschlussarten. Und wir das über Konfiguratoren anbieten und es mehr und mehr die Entwicklung dahin geht, dass die Kunden sagen, ich will es noch individueller und wir müssen im Grunde produktiv darauf reagieren. Damit die additive Fertigung auch bei geringer Stückzahl effizient ist, müssen die am Produktionsprozess beteiligten Werkzeugmaschinen miteinander kommunizieren. Durch die Verknüpfung sämtlicher Daten wird in der Industrie 4.0 eine nahtlose Digitalisierung der Prozesse angestrebt. Die Informationen zu unterschiedlichen Parametern erlauben es dann, die Arbeitsabläufe zu optimieren. Es geht jetzt wirklich darum, mit dieser Datenmenge Erkenntnisse zu gewinnen über die Maschine. Dadurch kann der Anwender viel flexibler umsteuern, wenn Auftragswitches kommen, weil ich viele kleine Aufträge hintereinander steuern muss. Also auch solche Dinge kann ich optimieren. Wieder mehr Verfügbarkeit, mehr Produktivität für den Kunden. Experten gehen davon aus, dass 3D-Anwendungen im Zusammenspiel mit Industrie 4.0 in absehbarer Zeit auch neue Märkte schaffen werden. Ein Bild von der Zukunft der Metallbearbeitung können sich Besucher auf der Fachmesse Metaf machen vom 20. bis 24. Februar in Düsseldorf.